Aber nur vom Warten. Ich habe jetzt gerade das letzte Stück gegessen. Lecker. Ja, irgendwie, wenn ich das Flugzeug aber jetzt sehe, muss ich immer an Bären denken. Ich weiß nicht, warum. Was? An einen Bären. Probier es mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Gemütlich kalt, ja. Gemütlich und kalt. Na dann, hören wir mal, dass es irgendwann mal wieder funktioniert. Genau, aber es ist ein Bio-Unterricht. Ne, im Deck 1 ist keiner. Also Gepäckraum und so. Ne. Sehr schön. Der Bio-Gefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Zehn Sekunden bis zum Einsatz. Sie spielt mit Nuki. Das ist aber auch süß. Die sollen mal hier reinfangen, ihre E-Sports-Kill auszupacken. Das wird langsam frustrierend. Zwei Runden nur auf die Fresse gekriegt. Ja, wie gesagt, so drei, vier Runden, das ist jetzt richtig auf die Fresse gekriegt. Und dann legt sie los. Hinten raus sind zwei. Ja. Sind direkte Treppe runtergekommen hier bei mir. Ich kam nicht mal bis ans Flugzeug dran. Ich bin schon tot, weil ich noch mal Wind habe. Ich bin schon tot, weil ich noch mal Wind habe. Das Hotel ist draußen. Bei mir jetzt. Oh, das scheint mir doch nicht so. Woher? Neben mir. Ich bin schon tot, weil ich noch nicht so. Was ist das? Was ist das? Behälter nicht rechtzeitig gesichert. Mission des eigenen Trupps gescheitert. Ich glaube nicht mehr. Sunny knockt sie alle. Die hat schon ihre Patronen verschossen und war es dann des Wortes. Was erklären wir dir später? Und du auch nicht. Die haben ja nur drei Tode. Ich habe schon verstanden. Ich weiß, was ihr meint. Alles ist gut. Einsatz in fünf Sekunden. Standort des Biogefahrgutbehälters unbekannt. Findet den Biogefahrgutbehälter. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Zumindest muss es. Hier bei der Wand guckt einer durch. Naja, die ist offen. Wo liegt denn dieses Scheibteil? Wo ist denn das? Ich sehe es nicht. Wieso kriege ich denn das nicht weg? Feindliche Aktivitäten. Mit Sicherung des Behälters fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Das liegt doch da rechts. Ich bin doch nicht doof. Lade neues Magazin. Wenn du das hier? Wow. Aktiviere Adrenalinschub. Ich lade nach. Ich lade nach. Ich lade über. Ich lade nach. Ich lade nach. Ich lade nach. hallo ja ich bin da noch mal da dieser als rekrut auch schön ja 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 aber ich mag glöcher das ist eine sache die wir uns teilen können ja es bleiben zehn sekunden bitte was achso ja nicht in den Explosionsradius kommen Razorgranate wird eingesetzt nicht schneller ist der fall gepflegt Nachladen! 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 Ein Gegner verbleibt! Gegner eliminiert! Mission erfolgreich! Schön! Wie sie sich freut! Sie! 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 Wenn Kait ist ohne Glied. Wir müssen den Bio-Gefahrgut-Verhälter schützen. Den Raum sichern. Bereit, jemand den Arm zu legen. Dach ist gerade verlegt. Tür im Auge behalten. Razor-Granate wird eingesetzt. Die Rettlinge ist aktiv. Bereit zum Angriffen. Zehn Sekunden noch. Fünf Sekunden noch. Zwangsort des Bio-Gefahrgut-Verhälters unbekannt. Weiterhin absichern. Stöße einsatzbereit. Zugangssperre einsatzbereit. Abstand halten. Zugangssperre scharf gemacht. Abstand halten. Stöße einsatzbereit. Oh, die war nicht gut. Die war besser. Stöße einsatzbereit. Barriere eingesetzt. Die Gegner von der Sicherung des Behälters unterhalten. Der Gegner versucht nicht mehr den Behälter. Auf den Bio-Gefahrgut. Das ist noch einer. Mann! Im Konferenzraum daneben. Einen hast du auf jeden Fall erwischt. Und der zweite bis dahin geht der Zeit von denen. Scheiße! Pass auf, der ist drin. Der kann mich holen. Du kannst dir vielleicht um den Rücken gehen, wenn der mich holen geht. Gefahrgut-Behälter. War dort in der Ecke, genau. Wo dem Jodding steht. Sicherung des Bio-Gefahrgut-Behälters unterhalten. Ein Gegner verbleibt. Gegner eliminiert. Meins. Die Dinger sind effektiv. G'n wir an. Ja. Die kommt langsam. sie kommt sie kommt im spiel ja das war keine das war ein explosives ende man muss sagen der